Crazy House, Anti-Chess. Komm, ich spiele mal eine Crazy House-Partie gegen Hammer-Tor. 3 plus 3. Da bin ich aber sehr gespannt. Jaja. Ich müsste eigentlich klarer Favorit sein, weil Crazy House kann ich ein bisschen. Wobei das ist auch relativ... Oh, C5. Crazy House, habe ich noch nie gesehen. Ich mache noch mal eine Züge. Ich war kurz gedacht, ja, D4, ich will gar nicht, den Bauern zu erschlagen. Ich weiß gar nicht. D4 will ich gar nicht spielen, weil er schlägt als Erster. Ein Bauern kann einen Bauern einsetzen. Das ist immer nervig. Woher weiß TBG, wer Abonnent ist und wer nicht, wenn die Leute dich bei Leechers herausfordern? Das interessiert mich auch. Momentan spielen wir ja nicht gegen Abonnenten. Aber manchmal duhst du das ja. Ja, die Leute müssen sich melden. Bei uns auf dem Discord-Channel. Ah, okay. Das ist ja nicht einfach... Ich nehme ja nicht irgendwie die Leute. Die müssen sich im Discord-Channel melden, da mit dem Kanal extra für Twitch-Subscriber. Und ja. Verstehe, verstehe. Ganz einfach. Nochmal, Leute? Ja? Ich bin nicht so im Game. In welchem Game. Im Twitch und Subscriber und was weiß ich. Das sieht aber ganz gut aus hier, wa? Ja. Ich bin im Crazy-House, ne? Springer C7, König D8. Springer F7. Ich vermute mal, das ist schon hoffnungslos verloren hier für ihn. Das sind halt dann auch schon ganz schön viele Figuren, die du hast, ja. Ich hab mal festgestellt, dass sogar im Crazy-House wichtig ist, dass man die Figuren noch auf dem Brett hat und so. Hammer auf Tor. Fühlt sich eher an wie eine leichte Seebrise. Ist das Matt? Die Sekadetten-Matt hier. Ach, da ist ein Springer auf der Hand. Ja, klar. Man sieht rechts, was man hat. Sekadetten-Matt im Crazy-House. Premiere. Ich hab noch nie in meinem Leben Sekadetten-Matt gehabt, Josi. Echt nicht? Ne. Ich musste gefühlt 50 Jahre spielen, um Sekadetten-Matt aus dem Brett zu bekommen. Unglaublich. Und dann im Crazy-House. Und dann im Crazy-House. Genau. Sehr gut. Danke dir. Dafür kann ich nur Thank-You klicken. Wieder eine neue Erfahrung gemacht. Sekadetten-Matt im Crazy-House. Tut mir leid, Hammer auf Tor. Ich glaube, ich muss auch aus dem Video machen. Ich hoffe, du verzeihst mir.